Wo musst denn du hin? Wo fahren sie hin? Nach Hamburg. Das passt. Wo genau musst du da hin? Ja. Na? Hm. Ja. Die Lady kommt wahrscheinlich eh nicht mehr durch den TÜV. Dann fahren wir jetzt noch mal schnell raus und dann... Ja. Hast du mir nichts zu sagen? Hm? Ja. 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 Mein Göttergatter hat mir gerade erzählt, dass er dich gestern Nacht aufgegabelt hat. O-M-G. Are you crazy? Fühlen wir uns gleich. Na mein Süße. Hm? 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 Ja. 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 Und was macht ihr hier? Wartungsarbeiten. Bist nicht gern da. Und warum machst du nichts anderes? Ich kann nichts anderes. Kann ich ewig in so einem Café bleiben? Na? Möchtest du hin? Ich muss zu Papa! Das war schon so trittchen wie deine Mutter. Willst du mal führen? Na? Wann träumst du denn du? Ist doch egal. Machst du dann die Kälber? Ja. 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 Ja.